Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute Wolfenstein The Old Blood. Das DLC zu Wolfenstein natürlich uncut. Und auf geht's, nach Kapitel 2. Wir werden vorzugsweise wieder die Schleichtaktik nehmen, sollte das nicht funktionieren, kommt schon Rambo raus. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht's hier aus. So, ok, ok, ok. Unsere Aufgabe ist, hier können wir wieder einiges freischalten, sehe ich gerade. Aha, das ist ja cool. Ok, Wolfenstein Keep. So, sollen da rein oder raus? Ich vermute eher rein. So, wandern wir da wieder. Und schalten wir das Ding ein. So, dann werden wir das jetzt anders machen. Wo ist nur einer? So, wir müssen da raus. Und wir müssen, kann mal kurz gucken. Wir müssen, äh, roll up. Open the gate. So, das ist zweimal. Einmal da, einmal da. Hm, das wahrscheinlich. Zack, boom, bang. Andere Seite auch. Uiuiuiuiuiuiui. Nehmen wir uns ein paar Sachen. Wir müssen da rüber. Bock, oder? Oh, kein stressig, die Typen. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Das kann doch nicht sein, wie viel halten die denn aus allesamt, ey. Mann, nicht mehr normal, ey. Geht einem auf den Piss, was die teilweise aushalten. Nicht normal. Ich muss nur zwei Scheiß-Schalter betätigen, ey. Das kann ja nicht wohl so schwer sein, ey. Schau dir mal an, was da alles kommt, ey. Nicht mehr normal. Was die alles aushalten, ey. Jetzt muss er wieder nachladen, ey. Gott. Ja, ja. Stirb, Arschgeige. So, ist jetzt in Ruhe endlich. Ja, da. Geht da. Säcke da. Kann man so lästig sein, Leute. Unglaubliche. Unglaubliche. So. Mal ein bisschen einstrafen hier alles. Wir müssen zu dem Boot hier. Ey. What the fuck? Wieso geht denn der nicht aufs Scheiß-Boote? Ist der dämlich. Ja, schwimm nicht um die Ecke. Es geht solche Glitscher rein. Geh mir am Sack, ey. Fällst du ins Wasser auf einem Millimeter. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. So, und den Scheiß, den, äh, montieren wir ab. Das muss so hochgehen. Genau. So geht's nämlich besser. Da kann ich nämlich auch nach hinten schießen. Und, das ist sehr wichtig. Oh, das kriege ich leider nicht. Mal Entdeckung. Muss ich raus, oder was? Ah, offensichtlich. So, da können wir ein bisschen abstauben. Ein wenig abstauben. Wir müssen den Strom wieder anstellen. Und weiter geht der Spaß. Oh, 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 oh. Da ruft jemand Verstärkung, wenn ich Pech hab. Jetzt nicht mehr. Da gibt's keine Verstärkung. Kommt nur, kommt nur. Ich warte. Trauen sie hier nicht, die feigen Hühner. Jo, jo, ihr könnt schon kommen, ey. Zwölf Schuss habe, ne? Oh. Nein, wieso nimmt der die Leer? Oh, diese Verflucht. Das ist ein Drecks Glitscherei, oder dass er die Waffe nimmt, die was leer ist. Was soll der Blödsinn? Das ist echt Bullshit. So was nervt. Weil das bringt mir nämlich gar nichts, außer dass ich draufgehe vielleicht. Diese scheiß Dreckswaffe da. Oh Mann, scheiß Wichser. Ey, die gehen mir auf den Piss, ey. Da schießt ihr schon hunderte um, ey. Und dann kommen dann 110 noch nach. Boah, das nervt, Leute, ey. Musst wirklich hinten stehen bleiben und nur blöd ballern. Anders bringt das einfach gar nichts. Stupide, dummes Ballern von hinten. Alles andere bringt dir nichts. Du, man könnte es auch leise angehen, aber das bringt mir ja auch nichts. Ich probiere mal leise, aber... Einfach draufheizen, das wäre das Gescheiteste wahrscheinlich. So, den haben wir. Haben wir auch. Da, sag ich doch, das leise bringt überhaupt nichts, Leute. Da hast du nur Ärger. Das fette Teil da und alles, was jetzt rauskommt, kriegt. So geht das am besten. Nicht ärgern da. Kommen eh einer nach dem anderen. So geht das am gescheitesten. Piss packen. Kommt da noch was? Ich ziehe mich sicher nicht zurück, Junge. So da. Dann wird mal aufgeräumt, da. Das geht doch wesentlich besser so. Wunderbar haut das hin. Keinen Scheißer. Komm her. Komm her. So, jetzt nehmen wir was anderes. So. Jetzt nehmen wir was anderes. So, jetzt nehmen wir wasір. Was ist das? Was ist das? Schickt die Verstärkung in ihrer Position, Commander! So, jetzt geh ich vor und wahrscheinlich sind irgendwie wieder irgendwo zwei Arschlöcher, die was dann deinen Tod besiegen. So was nervt, Leute. Schon wieder? Wieso kriege ich... Alter, jetzt reicht's mal. Dauernd kriege ich irgendwelche Waffen, die was ich nicht auswähle. So empfindlich, ey, das ist Mauswaffe. Es gibt mal einen Pest, die Steuerung ist ultrascheiße. Weil das kann ja nicht sein, dass das so schnell die Waffe wechselt, was der Spieler gar nicht will. Weil das bringt mir ja nix. So, wo muss ich ran? Ich muss da entlang. Das bringen wir jetzt so schnell wie möglich hinter uns, weil jetzt habe ich keinen Bock mehr, das zwanzigmal zu machen, den selben Scheiß. Das geht da dann nämlich am Piss, sowas. Das war gewaltig. So, nimm den Schwachsinn hier. Wir werden ein bisschen abkassieren hier, was nur so geht. So, jetzt haben wir genug. Jo, und jetzt gehen wir weiter, Leute. Naja, tut mir leid, dass es nicht so geklappt hat, aber ihr habt ja gesehen, ey, du brauchst nur zweimal irgendwas anderes treffen. Halt, zwei Leute reichen und du bist fast platt. Also, das ist extrem teilweise. Und wir spielen nicht mal auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Das muss man noch dazu sagen. Da geht's runter. Aber da will ich gar nicht runter. Doch, da müssen wir runter. Schalli raus und weiter geht's. Schalli raus und weiter geht's. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegen. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Ich seh's die Geschichte. Hörst mir auf, ey! So, das hat funktioniert. Noch aufpassen, irgendwo ist ein Hunsviech unterwegs. Weg ist sonst weg. Oh, bis jetzt bin ich eigentlich ganz leise. Geht bis jetzt. Oh, bis jetzt haben wir's leise. Das hat ja mal sehr gut funktioniert. Genug Money habe ich auch. Alles hier abstauben noch. Dann gibt's überall was zum Abstauben. Na, nimm das. Schade, das schon wieder nimmt er, ey, irgendeine andere Waffe. Habe ich das geklickt? Nein. Gib mir einen Piss, sowas. Wenn das von alleine nimmt, das ist so ungut. Und mitten im Fight natürlich gehst du dann wegen so'n scheiß Dreck drauf. Wenn du nicht schießen kannst, wenn der Arschwaffe wechselt. Ups. Ups. Da müssen wir wohl ein bisschen wieder rauftauchen. So, wohin? Da. So, schwimmen wir mal am Land. Oh, oh. Was? Lift, Alt und W. Ah. Schöner Schuss. So, dann gehen wir mal weiter hier. Ein bisschen aufpassen. Hier, die könnten überall sein, die Pisser. Wo muss ich denn hin? Äh, da entlang. Ich schaue jetzt aber trotzdem einmal runter. Na gut, ich könnte hier auch entlang. Schauen wir mal da runter. Oh, Secret Area. Cool. So was noch gibt. Wie vom alten Wolfenstein. Sehr interessant. Holy crap. Gold haben wir. So, da gehen wir aber jetzt nicht baden, weil dann kann ich wieder rauf da. Coole Sache. Da haben wir Gold gefunden und jetzt geht's rauf. Oh, ups. Wo wir wirklich lang sollen. Überall Knochen hier. Zehn Schuss habe ich noch in der Schall gedämpften. Das heißt, etwas zielen sollte drin sein. Sehr schön. Das nenne ich zielen, Leute. Das hat ja super hingekommen. Oh Gott. Was ist das da? Ich kann das nicht nehmen. Äh, wir könnten sogar da lang gehen. Es juckt mich sogar da lang zu gehen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Tschüss. OFF Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020